Hallo, mein Name ist Andrea Reitl-Krüger. Ich bin die Inhaberin der Firma Beauty Style in München und ich musste mein Geschäft am 21.03. wie alle anderen auch schließen. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen und habe mir Folgendes einfallen lassen für meine Kunden. Ich stehe mit meinen Kunden per E-Mail oder Telefon in Kontakt und animiere diese, bei mir ihre Produkte weiterhin zu bestellen oder eben auch Gutscheine zu kaufen, was sehr gut gelingt. Ich versuche meinen Kunden per E-Mail immer so ein Homecare-Paket zu schnüren, wo ich das verbinde mit irgendwelchen Beauty-Tipps, zum Beispiel Thema Sonnenpflege oder was mache ich für meine Hände, die jetzt im Moment eher ausgetrocknet sind, durchs viele Desinfizieren. Beschreibe dann die Produkte entsprechend und mache dann auch teilweise richtige Paketangebote und das wird für meinen Kunden sehr gut angenommen und damit halte ich mich einigermaßen über Wasser. Wichtig ist auch, dass man eine positive Einstellung hat und nach vorne schaut.